Fick dich, den Scheiß habe ich nicht lange nicht gemacht. Will ich aber anfangen? Will ich aber anfangen helfen? Nein. Ich weiß nicht, keine Ahnung, ich habe das nicht so lange nicht gemacht. Schrei einfach. Mach mal mit. Nach hinten. Okay. Ja. Ich bin hier. Ich bin hier. Oh, richtig. Junge. Muss ich mir ein paar Mal machen? Nicht so einfach. Nicht so einfach. Wenn du es lange nicht gemacht hast, ist das eklig, da wieder reinzukommen. Ja. Ich mache nur das. Was ich merke. Ja, ich habe auch was. Soundcheck. Und hier. Oh, okay. So. Fier. 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 Weiter. Weiter. Let's noch. Einmal. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Wissenschaftlicher Hintergrund von diesem Supersatz, keine Ahnung. Tut aber weh. Es ist schmerzhaft, wenn du Verstopfung hast und versuchst, die Wurst aus dem Arsch zu brechen. Ich hab keine Ahnung, was wir heute machen, ehrlich. Wenn so Reels Filmtag ist, muss ich mich mal dran gewöhnen, da einen Pausentag einzuführen. Weil Training, wenn ich versuche, das Training gleichzeitig zu machen, das klappt eh nicht. Müll. Vielleicht machen wir heute nur seitliche Schulter, weiß ich auch nicht. Es ist ja nicht so, dass ich in den letzten zehn Wochen acht Videos mit seitlicher Schulter hatte. Ha, 70 Kilo. Ich hab die hier mal jetzt im Aufbau gemacht, anstatt kurz und frei. Okay. Und dann die Edge switche ich wieder, weißt du das? Deswegen hab ich hier jetzt schon mehr Übungen. Gelöfnis von uns. Weiter, weiter, komm. Junge, 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 trainiert der schwer. Lecke mir, Alter. Da drei Sätze, hier drei Sätze, da vorne drei Sätze. An der Wahl, Leute, machen das einen Satz, dann sagen die, Dankeschön, nach Hause erst mal Cheatmeal. Jetzt machen wir es schnell, ich halte nicht mehr an. Andere Leute, Pant haben das so, die fahren mit 80 Kilo an und dann beim zweiten Sätze sind es nur 40, und bei dringend Sätze sind es vielleicht nur noch 10 Kilo. Chris Carl macht es anders. Er geht eher schon von 70 und im letzten Sätze sind es 120. Eins, zwei, drei, vier, vier, Da, 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 da. Ich denke, es geht immer auf die Arme und geht auch auf die seitliche Schulter. Sobald ich aus der Maschine aussteigt, merke ich, wie die seitliche Schulter brennt. Ich habe erst ab hier Gewicht, ne? Ziehen wir ein bisschen? Ja. Jetzt habe ich ab hier ein Kürbengewicht. Ja. Also ich komme mehr in die Dehnung von der Schulter, du weißt? Ich komme weiter runter. Ich mache so 80 Kilo jetzt einarmig. Ja, das geht. Ja. 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 Und jetzt bin ich drin. Gerade erst mit den Wheels drehen und so, dann ist es voll schwer für mich reinzukommen, weil normalerweise bin ich schon im Film, wenn ich zum Studio fahre. So, ich brauch so meinen Tunnel, weißt du? Aber wenn ich dann trainiere, ab dem Satz bin ich drin. Jetzt können wir das 3 Stunden machen. Lehn dich ruhig ein bisschen hin, weil wie gesagt erst da viel Spannung drauf ist. Und das hier halte ich so fest? Ja, oder? Scheiße, egal. Zehn, acht, neun, zehn. Viel gehen. Das ist der Satz, der weh tut. Im ersten Satz, mit Gewicht gekillt, jetzt kommt gerade richtig Blut rein. Ne, der tat weh, ne? Bei dem merkst du gar nichts mehr. Der ist einfach nur noch das Prinzip. Schneller. Direkt ein Wechsel auf 80, andere Seite. Komm. Wenn du hier Pause machst, dann fällt dir auch nicht kaputt. Du bist. Oh. 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 Und jetzt, wenn ihr euch fragt, warum ihr keinen Oberston an habt. Er wollte eigentlich gar nicht trainieren. Ich habe ihn getrunken. Er wollte eigentlich nur mit zugucken beim Wheels drehen. Da hab ich gesagt, komm wir machen irgendwas. Deswegen hat er seine normale Hose an. Allerdings habe ich Off-White T-Shirt an. Ich wurde es extra extra ausgezogen. Ja, aber ich dachte mir so, geh mal so vom normalen Alltag weg. und flex halt sonst nicht so. Normalerweise, wenn ich das Gym fahre, komme ich mit Lamborghini angefahren. Gerade eine goldene Rolex. Ich trainiere mit einer dunklen Louis Vuitton Sonnenbrille, auch wenn es abends um 8. ist. Ich habe es aber ausgezogen, weil ich normalerweise mit Louis Vuitton T-Shirt trainiere und Off-White ist so ein bisschen für die Armen. Deshalb Apple Watch. Heute mache ich ein bisschen was auch sportlich. Aber mit Behaarung muss ich mich so ein bisschen auch dann doch noch so ein bisschen an meine berufliche Orientierung wieder orientieren. Ich darf mich da wieder in meinen Alltagsberuf bekennen. Ich bin kein Profi-Mollibear, aber Profi-Dumm-Schwetz. Das kann ich nicht. Alter, 80 Kilo schon wieder. Was? Jetzt musst du mit Soundeffekten machen, das Ding richtig, das ist wehe, wehe, ich weiß nicht, keine Ahnung, ich kann das nicht beschreiben, was ich hier erlebe. Mach mal auf 30, ich hab grad nicht aufgepasst. So, und das machen wir nun, jetzt komplett aufrecht, nur hinter der Schulter, und richtig groß raus am Ende. Das müssen wir auf jeden Fall irgendwann später hochladen, ich kann nicht schon wieder Schulter hochladen, nee. Boah! Boah! Okay, Freunde, wir haben jetzt tatsächlich nur drei Übungen gemacht. Das war nichts Halbes und nichts Ganzes, aber waren drei geile Übungen. Seitliche Schulter und hintere sind Finish, auf jeden Fall. Also hat was gebracht, war ein spontanes Film. Scheiß drauf, ihr konntet Fabio ein bisschen besser kennenlernen. Ob das hat Spaß immer beim Zugucken. Und wir sehen uns im nächsten Video. Peace!